Ich sage immer so schön, der heutige Tag ist der letzte Stand des Irrtums. Denn Agilität hat immer mit Iteration zu tun, insofern gibt es auch keinen Plan B. Du hast es irgendwann losgetreten und du schaust nach vorne und entwickelst dich nach vorne. Ich glaube, der nächste entscheidende und große Schritt wird jetzt sein, wirklich die Leute mitzunehmen. Das versuchen wir heute natürlich mit der Kick-Off-Veranstaltung. Deswegen haben wir das auch in einem Setting gewählt, was einen hohen, integrativen Ansatz fährt. Das heißt, die Leute mitzunehmen, jeder soll sich einbringen, jeder kann sich einbringen. Und dann im nächsten Schritt natürlich auch zuzulassen, dass die Leute jetzt, also der gesamte Bereich auch diese Erfahrung machen kann. Bis zum nächsten Mal! Du, epic shit, ja. Du, epic shit.